Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute lernen wir, wie wir Hans richtig rausfiltern können. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir meinen natürlich hier mit SQLize einen richtigen Filter zu erzeugen. Wir haben hier zwei Einträge in unserer Users-Datenbank und wir wollen eben akkurat filtern können, welchen User wir da am Ende in der Hand haben. Und das kann natürlich nur einer sein, wenn wir hier nach Username Hans suchen. Das können aber auch sehr, sehr viele sein. Wir können nämlich das Ganze so verpacken, wie man das vielleicht mit echtem SQL auch machen kann. Nur sehr viel einfacher. Und dazu gibt es Operatoren, die man eben aus SQLize auch bekommt. Das heißt, ich werde jetzt hier als allererstes mal SQLize importieren, mehr oder weniger. Und normalerweise habt ihr das dann auch in eurer Datenbank-Connection drin, beziehungsweise in einer Datei, die sich wirklich um die jeweiligen User-Models kümmert. Ja, das Layout von den Dateien stimmt hier nicht mehr so richtig, aber ich möchte gerne hier weitermachen mit euch. Also lasst euch da bitte drauf ein. So, also wir haben einmal die Möglichkeit, op zu importieren. Und zwar op importieren wir aus wieder, oh, ist gleich require, ist aus SQLize. Und op ist jetzt hier unsere Variante, ah, das sollten wir vielleicht oben drüber schreiben, sonst benutzen wir unser SQLize. Op sind Operatoren. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Beispiel. Wenn wir das hier jetzt ausführen, ja, dann bekommen wir ja... Oh, ich meine natürlich hier mit Anführungsstrichen, das wäre schon wichtig. So, dann bekommen wir hier unseren Hans. Und zwar als, ja, alle Users. Was akkurat nicht, nicht mehr ganz so akkurat ist hier. Lass uns das vielleicht mal anpassen. User Doppelpunkt. Und wir bekommen unseren Hans. Wir bekommen ihn mit seinem Level zusammen, weil wir hier gesagt haben, wir hätten gerne alles, wo der Username wirklich gleich Hans ist. Und wir bekommen, ähm, wir wollen das hier mit eben unserem Username und Level machen. Also wir wollen die beiden Sachen wählen. So, jetzt können wir hier allerdings aber auch hergehen und sagen, ja gut, aber was, wenn der Username Hans oder Peter sein darf? Und das ist mit Operatoren machbar. Operatoren kann man relativ ohne Probleme einsetzen, indem man eine eckige Klammer auf und dann op, Punkt. Und hier habt ihr quasi alle Operatoren. Ihr habt all, ihr habt adjacent, also quasi nebenan. Ihr habt in, also in drin, zum Beispiel in einer Liste. Ihr habt and, is, any, between, call, contained, contains, and with, equals, greater or equal, also größer oder gleich. Beziehungsweise in dem Fall nur größer als. G, T, E ist greater, equal, G, T ist greater, like, rec expressions, also regular expressions, like, less, beziehungsweise less than, less than or equal. Equal, match, N, E, also not equals, not und so weiter und so fort. Also das sind im Endeffekt die Operatoren, die ihr vielleicht auch aus SQL kennt. Und da gibt es wirklich einen ganzen Haufen von. Und ja, es ist out of scope hier, euch die alle vorzustellen, weil ich euch die alle in der SQL-Playlist auch schon mehr oder weniger gezeigt habe. Dementsprechend lasst uns hier ein Beispiel machen, wie man die benutzen kann. Und zwar sagen wir, was, wenn der Username Hans oder Peter sein darf. Das heißt, wir sagen hier Doppelpunkt. Und jetzt hätten wir ganz gerne, dass der Username hier Hans oder Peter sein soll. Naja, dann machen wir uns hier eben eine Liste und definieren, wie der Username auszusehen hat. Das heißt, das ist einmal ein Objekt, was in Ordnung ist. Das andere, was auch in Ordnung sein könnte, wäre genau dasselbe. Eigentlich kann ich das hier sogar kopieren. Wunderbar. Aber eben mit Peter als Name und nicht mit Hans. So, und jetzt mache ich hier die Klammer zu und fertig. Und was ich jetzt habe ist, ich habe ein Entweder soll es Hans oder es soll Peter sein. Deswegen habe ich hier ein Username Hans oder Username Peter. Also beide sind möglich. Und das heißt, eins von den beiden muss meine Suchanfrage erfüllen. Und schon bekomme ich mein Ergebnis. Das heißt, wenn ich jetzt meine Tabelle durchgebe, ja, dann ist das eben hier. Ich gehe durch den Username durch. Ist das Ding Hans oder Peter? Ja, es ist Hans. Also nehme ich den. Ist der Username hier Hans oder Peter? Es ist Peter. Also nehme ich ihn. Ist der Username Morpheus? Dann interessiert er mich nicht. Es ist ja nicht Hans oder Peter. Das heißt, einer von den beiden muss das hier sein. Wunderbar. So, jetzt kann ich das aber noch weiter verknüpfen. Denn dieses Where ist ja auch eine Verbindung von mehreren Attributen. Und ich kann das auch innerhalb meiner Attribute verbinden. Das heißt, ich kann hier noch ein Op. Ups, Op.Or bzw. Op.And angeben. Und dann kann ich da noch was anfügen. Ich kann jetzt aber auch andersrum hergehen und sagen, ich mache das für Attribute. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, das Level soll bitte auch eine gewisse Eigenschaft erfüllen. Und diese gewisse Eigenschaft kann ich hier in den geschweiften Klammern definieren. Es kann natürlich sein, dass wir wollen, dass das Level genau irgendwas ist. Dann sagen wir Level Doppelpunkt 100. Im Normalfall wollen wir aber eher ein Level in dem Bereich haben. Das heißt, mehr als irgendwas. Okay, also sagen wir doch einfach mal, das Level soll doch bitte less than, sagen wir mal, 10 sein. Also alles, was unter Level 10 ist. Hm, was kommt denn da bloß raus? Der Hans kommt wieder raus, weil der hat Level 1. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt eine Query durchgeführt. Select Username und Level, das ist das hier oben, die Attribute, die wir auswählen wollten. From Users, das ist die Tabelle. Als User, das interessiert uns nicht wirklich, weil das macht SQLize intern. Wo der Username Hans ist oder der Username ist Peter und der User soll ein Level haben, das kleiner ist als 10. All das wird automatisch ausgeführt und wir können uns das relativ easy hier zusammenpusteln. Ich finde, das lässt sich so viel besser lesen, als die Sache in SQL zu haben. Ist vielleicht ein bisschen Übung, gebe ich euch recht. Aber ja, das ist im Endeffekt die Idee dahinter. So, ähm, was, wenn wir aber ein Level haben wollen, das weniger als 1000 ist zum Beispiel? Ist ja klar, dass dann Hans und Peter wiederkommen. Wir wollen aber auch noch zusätzlich ein Level haben, das größer ist als 10. Das heißt, zwischen 10 und 1000. Naja, dann gucken wir doch mal, ob Punkt, ähm, Greater Than und zwar 10. So, und wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir hier, der User Peter kommt wieder raus. Denn wir haben hier eine and-Verknüpfung. Das ist quasi implizit ein Beides muss gelten. Ähm, denn wir müssen ja auch diese beiden Bedingungen hier erfüllen. Das heißt, entweder muss das Level, also, nee, halt das Level muss beides erfüllen. Also, und, denn wir müssen Peter oder Hans haben und das Level muss weniger als 1000 sein und das Level muss größer als 10 sein. So, das heißt, ähm, wenn wir ein oder wollen, können wir das einfach so hinschreiben. Dann haben wir quasi mehrere Möglichkeiten. Ist in dem Fall übrigens sogar gleichbedeutend mit, oder fast gleichbedeutend, nee, ist es nicht, stimmt nicht, abgelogen. Ähm, aber wir haben hier einen Hans oder einen Peter, weil wir das hier vorne mit oder definiert haben. Und wir sagen, das Level muss das und das erfüllen. Und das hier ist auch ein und. Das heißt, das muss gelten, der Username muss stimmen und das Level muss stimmen. Das sind quasi mehrere Bedingungen, die jeweils Hand in Hand gehen. Wenn wir jetzt das Ganze verodern wollen würden, könnten wir das mit einem Ob-Or machen. Das würde ich euch gerne einfach mal als kleine Aufgabe geben. Jo, ähm, und das ist jetzt relativ faszinierend natürlich. Jetzt kann ich noch sehr viel mehr hingehen und kann noch sagen, ja gut, aber ich möchte zum Beispiel, dass das Datum stimmt. Ich möchte, dass Updated-Ad und so weiter und so fort alles richtig ist. Und all diese Dinge kann ich mir hier aussuchen. In den meisten Fällen werdet ihr es aber nicht brauchen. Aber was ihr braucht, sind eben diese Operatoren, die ich euch zumindest mal ganz kurz mitgeben wollte. Und eben die Logik, wie man die Dinger benutzen kann. Okay, ähm, ja, falls ihr mehr Informationen zu den Operatoren braucht, es gibt eine wunderbare Dokumentation von SQLize, die euch das auch alles soweit zeigt. Also hier haben wir die Op-End und dann steht hier eben dabei, was dabei gemacht wird. Also hier 5 und 6. Falls ihr mal die Syntax irgendwie vergessen habt zum Beispiel. Und hier habt ihr auch eine kurze Erklärung für alle anderen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele. Es ist eine kurze Erklärung. Ich weiß, ein Tutorial wäre ausführlicher. Wenn ihr ein Tutorial wollt, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben. Wenn man irgendwas nicht versteht oder Schwierigkeiten hat, es zu verstehen, dann bin ich immer gerne bereit, meine Serien abzudaten. Das gilt übrigens auch für alle alten Serien. Also ich habe ja über 50 Serien mittlerweile, weit über 50, ähm, mit über 2000 Videos. Ihr könnt gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Würde mich mega freuen, ähm, falls ihr dann noch nicht wart und mir sagen, was euch dann noch speziell in einer Serie zum Beispiel fehlt. Gut, das war's. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.